Viel gab es nicht, ich muss erstmal mit dem Headset anschließen So und hier bin ich jetzt hier runter geklettert Ah, da war das hier, die müssen wir hier Hier ist auch noch eine Kiste Was, was ist denn das jetzt? ACR? Blaue Waffe Wie du nur blauen Kram aufhebst, Wahnsinn 2548 SPS, what the fuck Alter, die geile Rettung ist einfach mal übelst weit weg ACR Stufe 8 Boah Äh, ich gucke ob ich noch was in der Nähe hab Ne Ich hab noch eine Mission Hier äh, ganz hinten Die ist 600 Meter weg Ja, gefühlte 6 Kilometer Ja Ja, ich würde nur sagen, wir reisen einfach An's Headcourt, oder? Ja, Feldlads weit erstmal bis dahin Ist ja auf dem Weg Können wir gerade unser ganzes Müll, den wir nämlich gebrauchen, verkaufen In der Tat Gut, dass du schon da bist Wieso? Ich reise noch Ich bin jetzt jetzt da Okay Aber ich bin auch ander hier Lange lebe der Intel 7 Ja Bin auch nicht ins Headquarter gereist, sondern Da, wo wir die Hauptmisterung gemacht haben Kann mal ein Lazarett ausbauen Kann mal ein Lazarett ausbauen Das für, 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 die 400er Sehen Sie sich die Schätzchen mal an Ich sag Ihnen, wir haben Glück, dass Sie nicht Ich war die, die Quarantäne-Station kann ich noch bauen Mir fehlt bestimmt noch was, ne? Mir fehlen 20 Ah, go fuck yourself Das wirst du gar nicht Habe ich neue Fähigkeiten freigeschalt Mir fehlen noch 20, um das auszubauen Ich raste aus Das haben wir eine Mission von euch gut Zehen Sie sich mal das Angebot an Ich kriege aber schnell Fuck Was auf Ich weiß ob man Meldanlage Fehler war Oh fuck Das hat man Ach ich kann hier Ah Super geil Okay Was? Ja, finde ich auch 50 Leute Einfach mal so ein Bitt geklingelt für nichts, Mann Oh, Mann, ey Fertigkeiten sind Haben die, äh Ich hab ne P416 noch am Rucksack, hat die die gleiche Munition wie meine Hauptwaffe? Boah, keine Ahnung Gute Frage, ne? Ich guck mal Steht bestimmt nicht da, ist ein Sturmgewehr Was auch cool ist, dass die Händler alle, ähm Alle paar Stunden neue, ähm Neue Ware kriegen, ne? Neue Ware bekommen wir mal Kommen Sie und staunen Sie! Kommen Sie und staunen Sie! Sehen Sie sich an, bevor es nicht mehr da ist! Oh, wie sie alle durcheinander schreien, die... Hey, das ist der Wahnsinn! Da kann ich meine, äh, andere Knarre nämlich verkaufe nicht, ne? Sonst ist die ja sowieso nicht Ich hab einen Sniper mit und eine normale Alle Sonderangebote Ich muss jetzt warten bis zum Stufenaufstieg, da kann ich mich nochmal neu ausrüsten Viel Glück da draußen! Ich weiß nicht, ob es hier Sinn macht, irgendwelche Waffen zu kaufen Ich hab ne riesen Auswahl Ich hab die Charaktere werden nicht beibehalten Ne, das sowieso nicht, denk ich mal Die sind alle weit unter meiner Primärwaffe Außer die eine AK, aber da hab ich wieder zu wenig Kohle für Da fehlen mir 20, nicht mal 20, äh, Coins dafür Okay Kann ich noch was loswerden? Hm, vielleicht überlegen Sie es sicher noch Das Beste im Distrikt Ich könnte noch einen Handstop verkaufen, davon hab ich eh zwei Wann kann ich eigentlich nicht die Schalldämpfer ausrüsten? Wo ist meine Pistole hin? Ach, da ist sie Ey, das sollten Sie sehen, wir haben Boah, ne, die labern die mir hier zuviel Dezent nervig, ja Na, ich weiß nicht Na, besser aus, was finden Sie in den Tor Ich weiß nicht, was ich gerade ausgebaut habe, sodass tausend Leute drin sind Könnte ich jetzt die AK ausrüsten? Ach ne, kostet sogar noch ein bisschen mehr Verdammt 2.500 noch was, ne? Ja Na, 2.100 hab ich bis jetzt Kurzer Unterlauf Brauch ich nicht aus der Hüfte schießen Tut man eh nicht Oh, jetzt fehlen mir noch 4 Coins oder 5 Können wir ja was pumpen, aber leider ist Welche Geschäfte gefallen mir Jetzt bin ich wieder aus dem Händler rausgegangen, ich bin ein Idiot Ne, ich hab schon Das könnte ihn den Arsch retten Die AK könnte mir wirklich den Arsch retten Ich guck mal Die macht 2.7 in der Grundausstattung Wenn ich die aufmodde Die mal Reichweite, Kopfschussschaden Dann Schalldämpfer Ich find's cool, dass der Schalldämpfer keinen Den Schaden nicht minimiert Sondern einfach nur die Bedrohung Erweilte Magazinkapazität 2.900 macht's jetzt 2.900 macht's jetzt Krasser Scheiiiiss Verschlucken beim Abgehen 2.900 Ja Also 2.912 Schaden pro Sekunde Ja, CRD ich gefunden hab gemacht Standard Schaden 2.548 Ich hatte gehofft, das Acker aufn zu können Auch nicht schlecht Ich konnte's jetzt nur um 200 äh Hoch pullen Cool ist das Talent, was drauf ist Die erste Kugel eines Magazins Hat eine Chance von 13% Das Ziel in Brand zu setzen Sehen Sie sich an Alter, was für Krasser Scheiß, Mann Ich würde gern noch eine Stufe 2 Maske irgendwo herkriegen, aber irgendwie Eine Stufe 2 Maske, wo man die herkriegt Und sie sind wieder da Geil Geil Könnte ja JD eigentlich wieder mitzocken, wa? Bis demnächst Was spielt ihr noch? Ja klar Versteh die Frage nicht Versteh die Frage nicht Was geht's? Versteh die Frage Guck dir was ich jetzt offline Nein, was ist das? Kann man das essen? Ja Na dann Ich hab die Kündigung für März schon fertig gemacht für meinen Chef Na dann Lass uns schon mal vorlaufen, da kann er sich nachtelportieren Na Wollen wir schon hier bei euch Aua Ich hab meinen Melderkredit gar nicht gehört, Mann Hab den auf dem Bett liegen gehabt und ich hab ihn halt echt nicht gehört So, wir wollen jetzt gucken, dass wir die ersten 3 Gamers sind, die ein Beta End Content Equipped bekommen Nochmal für absolute Kacken Aktives Echo Signal geordert Da war die Echo in der Nähe Rechts von uns Ja Oh, mein Elibeta Morgen In den Flur Was auch heute Hallo Ist nur ne Erkältung Schlecht geschlafen Wer nicht Ist nur ne Erkältung Aber sie müssen mit mir kommen Hey Lassen sie mich gehen Lassen sie ihn Mark Mark, es geht ihm gut Hören sie auf Hören sie gerade doch Hören sie auf Hören sie zu Hören sie sich Hören sie zu 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 Gern ça Oh, hier ist ein bedürftiger Zivilist In dem In dem Holo Wie läuft hier aus? ach mein maus funktioniert aber auch ja dann gehen wir mal weiter aber sehr geil es hat aber flo auch immer beim ersten mal habe ich es minimal abhackt beim ersten mal habe ich nicht mitbekommen weil ich nicht schießen musste und rennen voll in die gegner meute rein und wir schießen geht nix oh verdammt geil das ist solide ich lach mich so amarsch und die scheiß immer an der landlage hält nacht nur mal umspurt ach er hat was grünes getroppt mich nicht frechheit eine p416 militärversion die die ich gerade verkauft habe hier ist wir könnten ja noch versuchen hier in die vielleicht ist hier noch in der seitenstraße was obwohl hier sieht nicht so aus naja ich komm zu dir wir sind ja auch schon fast da hier könnte man noch mal absteigen die kanalisation oder geschlossen hier hinten ist ich bin nicht überall das ist meistens ähm da wo keine mission ist ist es glaube ich ähm kwert notieren ach hier der u-bahnschacht ja u-bahnschacht aber hier war ich selber noch nicht letztens lag hier unten irgendwo ein handy rum meistens eigentlich immer nur eine abkürzung und ein toter viele tote ok oh wo ist das ah man merkt als jd wieder da ist sim gescannt kritische trefferrate steigt wieder wo muss ich gerade an fallout 4 denken wenn ich hier die u-bahn sehe ja aber wirklich habe ich auch noch nicht weiter gespielt ich müsste da mal weiter zocken ah hier telefon hier steht einfach eine wand einfach eine ich glaube es ich habe das telefon aufzeichen habt ihr schon ach ja eigentlich nicht kalt mit der mütze ohne umschluss ich habe auch einen gasbetriebenen röster hier ist doch französische röstung was hier nach welcher von meiner sex mütze nehme ich jetzt was sex ich hab mal sex gehört ja hörst so und jetzt können wir quasi wieder hier raus ich glaube da liegt immer nur ein telefon oder sowas rum und welche mein rob mal eins drei vier fünf sechs sieben acht acht nützen ich habe erst eine gefunden neun jacke soll ich anziehe achso ja die blaue lass die blaue an ich habe eine rote an du die blaue ich habe eine rote an du hast auch eine rote an ach verdammt warte ich habe auch noch was ich nicht mehr warte ich habe ne meines rot eines orange oder braun das ist eher braun denke ich das ist eine schicke militärjacke die ich an habe ja ich hätte noch eine moderne down jacke oh warte mal lassen wir Tiktatur stehen ah ne Tiktatur gehen aber ich dachte mal stoppen kann man eigentlich die emos auswählen das ist wahrscheinlich in der beta nicht verfügbar keine ahnung wenn sie vorne in der hauptbasis haben oh warte da haben sie gestanden an der hampel mal gemacht ok oh hier ne kiste ja aber das nach dem teil bringt im endeffekt nix egal mitnehmen 382 mal sturm wieder munizieren nochmal ein u-bahnhof ach ein checkpoint entdeckt was denn das keine herrn du bist irgendwo anders wie sehr der rennt oben schon rum ne ich komm mal hoch ich rennt bei mir gerade durch den boden echt jetzt mhm ich bin noch unten in der ja ja du fällst bei mir aber dein name wird dir angezeigt und dein hat seht ihr mich jetzt? ahja die ist grad so direkt unter mir in meinen füßen den boden eingesunken ja hier lang müssen wir ja war ich sicher? was? wo? warlo? feindpräsenz entdeckt level 8 easy ok das sind ein paar oh god der eine kann ich geschützt stellen will der mich verarschen gott so lange stehen die wieder da haben wir wieder haben wir wieder level 8 gegen ne? stimmt sorry seid froh die drucken und marscheln auf level 8 sagen naja ich bin aber nur level 7 also und bis 8 ist es noch ein ganz schönes stück naja da kommt echt immer was hört oh er ist leck geschlagen hinten 97 ich hab' ihn verd arsenal ich schätzt das war ladder jetzt müssen wir die schlüssel so um easy going ex an Der verliert man Äh, Items, Items Give me more Items Give me more Vielleicht eigentlich auch mit der, mit den neuen Rucksäcken die Kapazität, Faktfähigkeit Die Rucksäcke haben auch noch eigene Eigenschaften, da musst du mal gucken Manchmal hast du dann, kannst du mehr Granaten mitnehmen oder Ja Plus 13% Kapazität Munition, okay Und der hatte plus 14% Kapazität Munition Wir haben auch wieder nicht irgendwie Ich hab einen Haufen Scheiß hier, ne Brand Munition, Mineralwasser, irgendwas Dann macht man ja gegen Elite Gegner mehr Schaden und so eine Scherze Da denkt man dann glaube ich dran Oh, ich glaub ich hab jetzt keine einzige Kampfmission mehr Ja, war nicht Nein, alles durch Tja, bei mir auch, alles weg Nein, und mir fehlt noch ein Viertel für Level 8 Verdammt Ja, aber höher, wie Level 8 geht, eh nach Ja, aber dann kann ich wenigstens Ah, hier ist noch ein Telefon aufzeichnet Gehen wir noch echt 8 EP für Level 8 Himmel, was machen sie denn? Wollt das ein Scherz sein Ich glaube ja, erschießen wir ein paar Ratte Ratten erschießen Ratten erschießen, gilt das? Ja, Taube erschießen, die haben Boden sind auch Also Ratten, ich hab heute auch schon eine Ratte erschossen, aber Da ploppe definitiv Zahl auf Rene, hier ist deine Mutter Ich hab deine Nachricht erhalten und Ich hab Scherz, nur konntetieren gerade Und es ist okay Was du auch tust Ich werde dich immer lieben Aber Rene, ich seh die Nachrichten Und mach mir solche Sorgen um dich Du musst jetzt stark sein Für dich und Julie Ihr müsst aufeinander aufpassen Ich liebe dich Rene Ruf mich wieder an Die treu-sorgende Mutter auf dem Telefongespräch Auch geil, wo die Handys überall rumliegen, ne? Versuch's das jetzt, ne? Schieß nochmal bitte Bei der Fickshut Küsst ihr euch? Nochmal, nochmal Cool, wie das eine linke Auge Das eine Auge zum Pets zum Anwesern Schafft Ich will dich auch seh Tja, und nu? Ne, wir dir not Laksam, was anderes bremst, nicht übrig Ja, wir sind da quasi schon da vorne Ja, Mann Nein, Mann Ich will noch nicht gehen Nein, Mann, ich will da nicht rein Du, man glaubst, sie sind tot Ne, ich denk, die schlafen Steht auf Wolle an die Auge Wolle Säcke Irgendwo würde noch ein Hilfsbedürftiger stehen Der mich EP abknüpfen kann Frag mich sowieso, wie du schon auf Stufe Fast 8 bist Alter, hier stirbt gerade einer mitten auf der Straße Super Der läuft hier lang Hustet kurz Sack nach vorne zusammen Ist tot Grüne Gegenstand Yeah, level up Aber Flo, Level 8 kriegt man auch noch voll, gell? Ne, egal Ich kann jetzt meine neue, epische Waffe ausrüsten Die wäre Die Dark Zone ist abgeschottet Und das aus gutem Grund Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen So sehr, dass weder wir Noch das LMB Noch irgendwer sie aufhalten konnte Jetzt ist es ein Niemandsland Voller Menschen, die das Virus nutzen wollen Um den Fraktionen zu entkommen Und was hinter diesen Mauern geschieht Nun Wenig davon ist gut Guck mal, hier steht Missing Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand den Typ sucht Boah, 3,075 SPS Was? Wie viel? 3,075 Tja, da war ich Cold Star King gewesen, wa? Ich habe 2912 Aber du hast ja noch keine Mods drauf oder so, ne? Doch, mit Mods, mit Mods Wie viel Schade hat deine Waffernummer? 2912 2912 Das ist aber Die ist gekauft vom Händler halt Hallo Mann, die höre ich die Waffe, ich habe ich die Meine, meine M4 Polizei Und die macht gerade mal 2,3 Damage Der könnte zu mir reisen, ich stehe schon vor der Dark Zone Zu dir reisen Mit F-Gedrücktheiten kann man zu seinen Kollegen reisen, glaube ich Oder halt über die Karte Jo, bin da Mit dem dicken MG auf dem Rücken Da habe ich 3 blaue Waffen Angeber Pistole benutzt er sowieso nie Waffen oder Fertigkeiten können nicht eingesetzt werden, aber die Knarre in der Hand Wenn sie das nicht mitnehmen, sind sie tot Okay, hallo Ist schon gut Ich habe genug Kunden Glaube, jetzt bin ich noch interessiert, wie viele Lebenspunkte hast du? Ähm, ich habe jetzt 2,070 Ja, okay, ich habe 6000 6000 Kommst du auf 6000? Ich habe 2280 Also das, was ihr an Waffe habt, habe ich halt an Rüstung mit Du hast schon PvP-Ausrüstung, oder? Ähm, überlegene Polizei Da habe ich nur Ich habe zwei lilanen, ich habe zwei blaue Ja, und zwei grüne Warnung, Bio-Gefährdung Wollen wir rausjagen? Ja, ne Was wollen wir, oder? Was wollen wir? Wann 2,4 Übertragung gestört Empfang nur im Nahbereich möglich Dark Zone Backup aktiviert System neu gebootet Er darf sich nur von Dicken zurückgelegen Sie betreten die Dark Zone Okay Er hat mich wirklich gekickt Was? Nein Nein, wir sind in die Dark Zone schon rein Keine DZ-Vereinstimmung, ich will es sicherlich machen Hier ist bestimmt keiner Er macht wirklich Wisst ihr, das hier sind die, also alle roten Totenköpfe, die angezeigt werden Die hat die Gruppe verlassen Ja Also die sogenannten Drop Zones, hier kannst du dann den Helikopter rufen Und da kannst du deinen Loot Weil ich nicht angezeigt werde Genau Okay Lad nochmal JD ein Aber der kann bestimmt nicht rein join in die Dark Zone, oder? Kuppet ist, er ist in der Kuppet Ne, aber keine DZ-Vereinstimmung Müsst du jetzt bei mir und durchlesen? Hm Merk, ist da auch schon was Problem? Oh, was soll denn der mischt? Da ist ne Kiste Ne, Lackzeugteil, aber Alter Fuck, ich hab Loot Fuck, ich hab Loot? Hm Hinter uns Wo, wo, wo? Ja, ist ein Hast du mich gerade angeschossen? Richtig? Ja Oh, das kann sein, hier gibt es irgendwie Fire Nein, da lagst du ja nicht Also unter euch beiden Okay Komm schnell her, wir müssen dann den Helikopter rufen Ja, ich bin da Ich muss die Positionen nur verteidigen können Okay Wir müssen so, dass wir von hinten nicht gerushed werden können, genau Von der Seite Ja, ich bin da Bis zum nächsten Mal Ja, ich bin da Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal